So, willkommen zurück. Wir werden jetzt so einen Elefanten reiten. Was ist denn der zweite hin? Das eine. Und der zweite. Da. Okay, aber der hier kommt, latscht hier lang. Nein! Oh, na das kann ja heiter werden. Was ist denn jetzt der Elefanten? Was ist denn jetzt der Elefanten? Oh. Komm schon, komm schon, komm schon. Nein. So dämlicher Elefant. Was bist du denn für einer? Oh. Was ist denn? Oh. Oh. Geht doch weg. Ich hab keine Zeit. Nein! Nein! Jetzt sind wir noch platt gewalzt. Nein! Jetzt sind wir noch platt gewalzt. Toll. Toll. Jetzt biecht der ab. Boah. Jetzt geh doch mal weg hier. Okay. Ja. Komm schon. Oh, 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 oh. Nein, nein, nein. Wir sind jetzt wieder... Nee, na. Boah, nee, wie... Wie arschig ist das denn? Boah, das ist doch bescheuert. Alle wieder weg. Boah, ey. Das ist doch echt arschig. Toll. Toll! Ich muss vielleicht erst mal mehr raufkommen, Bentley. Okay. Och. Wieso? Was sind denn diesen kleinen Elefanten? Toll. Hey. Was latscht denn da hinten lang? Boah, nee. Ja, genau. Geh wieder da lang. Boah, das ist doch ein mies, dass man den alle verliert. Boah. Das ging wenigstens ein bisschen schneller. Und noch mal. Du hast alle Juwelen von diesem Elefant. Kümmere dich jetzt um den anderen. Nein, Mist. Nein, Mist. Boah. Holt jetzt ab. Ich hab doch keine Zeit. Genau. Warum auch nicht. Ich hab dich. Ja, ich wusste es. Ich wusste, dass ich die falsche Seite gehe. Und weil die mich jetzt nicht in Ruhe lassen. Ich wusste es nicht. Pass mal, vielleicht habe ich keine Zeit. Ich muss eine Elefanten jagen. Toll. Drei. 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 Jetzt bin ich fast tot. Ich brauche irgendwie... Ich brauche Energie. Oh nein, 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 nein. Ich brauche nur ein bisschen Energie. Ich will die ganze Scheiße da nicht nochmal machen. Boah, danke. So. Ist der... Ist der richtig netz oder der falsche? Ich muss ihn hin, ne? Ihnen her. Ja. Ach. Danke. Das war's. In diesen Juwelen kann ich eine extrem harte Kreissäge für unseren Coup machen. Gut, Leute. Ähm... Da hinten. Nein. Oh. Ey, ich weiß nicht, wie oft ich schon ins Wasser geplumpst bin. So. So. Super. Leute. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und... Ja. Ich hoffe es hat euch gefallen. Tschüss. Tschüss.